Hallihallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute möchte ich dir auf die Schnelle mal zeigen, wie du ganz einfach an deinem iPhone, iPad oder auch Mac Text zählen lassen kannst. Also Wörter, Zeilen, Zeichen und Sätzen. Das ist ganz einfach umsetzbar mit der App Kurzbefehle. Wie das geht, das zeige ich dir jetzt. Und tada, es kommt hier eine Box, eine Infobox mit meinen Zeichen, Wörtern, Sätzen und Zeilen. Das Vorgehen zeige ich dir jetzt hier am Mac. Du kannst das Ganze aber natürlich auch am iPad oder auch am iPhone nachbauen. Das geht auf allen Geräten gleichermaßen gut. Und am Ende von diesem Video zeige ich dir dann, wie du mit dem jeweiligen Gerät diesen Kurzbefehl ausführen kannst. Und damit habe ich schon ein bisschen vorgegriffen, was du dazu brauchst, um das Ganze zählen lassen zu können. Du brauchst einfach das Programm Kurzbefehle von Apple. Und das ist schon standardmäßig auf den Geräten mit drauf. Und dieses Programm musst du einfach mal öffnen. Das hier ist das Icon dazu. Und in Kurzbefehle legst du einen neuen Kurzbefehl über den Plus-Button an. Da einfach mal drauf tippen. Und dann gibst du dem einen sinnvollen Namen, der auch ganz wichtig sein wird. Denn diesen Namen von diesem Kurzbefehl, den brauchst du nachher nochmal. Okay, zunächst einmal musst du deinen Kurzbefehl so vorbereiten, dass dieser Kurzbefehl auch Text empfangen kann. Und das erreichst du über dieses I-Menü. Am Mac ist es oben rechts, am iPhone unten in der Mitte und am iPad ist es auch oben rechts. Und hier musst du drei Haken aktiv haben. Einmal im Share-Sheet anzeigen, dann als Schnellaktion verwenden und damit wird eigentlich automatisch auch Menü-Dienste aktiviert. Also diese drei Haken, die müssen hier auf jeden Fall gesetzt sein. Ja, und dann bist du schon ready to go. Denn damit übergibst du den Text der nächsten Aktionen. Die nächste Aktion, die soll jetzt etwas zählen. Und das erreichst du hier, indem du oben auf dieses Aktionssymbol tippst und dann gehst du in die Suche rein und suchst einfach mal nach Anzahl. Die Aktion, die du brauchst, lautet auch Anzahl und das einfach mal per Doppelklick antippen und damit landet diese Aktion hier im Aktionsfeld. Und du siehst schon, dass der Text, der diesem ganzen übergeben wird, der wird Kurzbefehleingabe genannt, der wird jetzt hier diese Aktion übergeben und diese Aktion zählt Objekte. Wenn du auf die Objekte drauf tippst, dann siehst du, diese Aktion kann mehr. Nehmen wir jetzt erstmal Zeichen. Am Ende, wie gesagt, zeige ich dir, wie du alles auf einmal zählen lassen kannst, aber wir bauen das eben jetzt mal Schritt für Schritt auf. Ja, er soll erstmal nur die Zeichen zählen. Und die Zeichen, die soll er am Ende auch ausgeben. Also gehst du hier in die Suche rein und suchst nach Ergebnis. Und die Aktion, die du brauchst, lautet auch Ergebnis einblenden. Das wieder per Doppelklick antippen. Damit landet es wieder hier und du siehst, deine Zeichen, die gezählt wurden, werden jetzt hier als Anzahl übergeben und auch angezeigt. Ja, und damit ist der Grundbaustein von diesem Kurzbefehl fertig und du kannst ihn schon mal testen. Wie gesagt, der Name von dem Kurzbefehl, der ist jetzt wichtig, Zeichen und so zählen, lautet der bei mir. Und jetzt gehe ich einfach mal am Mac hin und markiere mir einen Text. Führe einen Rechtsklick drauf aus und wähle dort in diesem Menü Dienste. Ja, und genau für diese Dienste haben wir ja jetzt gerade diesen Kurzbefehl aktiviert und ganz unten, alphabetisch geordnet, findest du nun hier bei mir Zeichen und so zählen. Wenn ich das jetzt auswähle, dann blöppst du ein Fenster auf mit der Zahl 993, das heißt 993 Zeichen. Auch am iPhone wählst du einfach den Text aus und dann wählst du in dem kleinen Menü Teilen und damit öffnest du das Share-Sheet und dort hast du deinen Kurzbefehl griffbereit. Und wie du sehen kannst, spuckt dieser bereits schon Zeichen, Wörter, Sätze und Zeilen aus. Wie das geht, das zeige ich dir jetzt. Und das Ganze pimpen wir jetzt auf, denn er soll nämlich alles auf einmal ausgeben. Das ist ganz einfach möglich. Gehe einfach wieder zurück in den Kurzbefehl und den passen wir jetzt an. Der ist nicht, das ist nicht schwer, das ist nur ein bisschen repetitiv. Damit es auch wirklich fehlerfrei ist und er das Richtige am Ende anzeigt, solltest du jetzt hier diese letzte Aktion über das X hier einfach wieder löschen. Und die Aktion, die etwas zählt, die brauchst du jetzt einfach öfters. Das mache ich jetzt einfach mal hier dreimal. Das heißt, du tippst hier am Mac, rechtsklick drauf auf dieses Icon am iPad oder iPhone, einfach länger draufbleiben. Und dann kannst du diese Aktion duplizieren. Ich dupliziere das eben, wie gesagt, insgesamt dreimal. Ja, und jetzt kann ich für jede dieser Aktionen, die eben den Text hier gleichermaßen empfängt, auswählen, was es zählen soll. Nämlich Wörter. Nämlich Wörter, dann Sätze und zu guter Letzt noch Zeilen. Ja, und diese vier Ergebnisse, die da rauskommen, die sollen jetzt zusammengefasst werden zu einem Text. Und das ist ganz einfach möglich über die Aktion, also hier in die Suche gehen und nach Text suchen. Und die Aktion, die du brauchst, lautet auch Text. Das einfach mit Doppelklick antippen und du bekommst hier ein Textfeld. Ich zeige dir das jetzt für eine Aktion, wie du da vorgehen musst und das Ganze musst du einfach für jede dieser Aktionen hier oben wiederholen. Fangen wir an mit den Zeichen. Also, damit ich auch weiß, dass es die Zeichenanzahl ist, gebe ich hier Zeichen ein, Doppelpunkt. Und jetzt kann ich hier in diesem Textfeld auf Ergebnisse von hier oben zugreifen. Und das erreichst du am Mac, indem du einen Rechtsklick machst, am iPad oder iPhone einfach länger drauf tippen. Und dann kannst du Variable einsetzen bzw. hier Variable auswählen auswählen. Wenn du das machst, dann kommst du in so einen speziellen Modus. Da oben leuchtet schon was blau. Jetzt kannst du Variablen auswählen. Und zwar in dem Fall spuckt diese Aktion die Anzahl als Variable Anzahl aus. Und wenn du das dann hier auswählst, zack, dann landet das Ganze hier auch drin. Und jetzt, damit du auch den Überblick bewährst, solltest du diese Variable einfach antippen und dem Ganzen einen Namen geben. Ja, der Name von dieser Variable, die kannst du einfach Zeichen als Zeichen benennen, damit auch klar ist, das zählt Zeichen. Dann bestätigst du das Ganze. Und du hast jetzt hier schon die erste Zeile vorbereitet. Jetzt gehst du einfach genau gleich mit allen anderen Zeilen vor. Das mache ich jetzt hier ein bisschen im Vorspulenmodus. Ich denke, die Art und Weise ist klar. So, ich bin hier auch bei der letzten Variable angekommen. Ich benenne diese natürlich als mit Zeilen. Und damit habe ich meine Textbox fertig vorbereitet. Und die soll natürlich wieder angezeigt werden. Ja, und das erreichst du über die Aktion Ergebnis einblenden. Also wieder in die Suche reingehen und nach Ergebnis suchen und die Aktion Ergebnis einblenden. Diese verwenden, Doppelflick drauf machen. Damit landet die hier drin. Ja, und diesen Kurzbefehl, den teste ich nochmal kurz mit dir. Einfach hier reingehen in den Text. Führe wieder einen Rechtsklick aus am Mac. Wähle Dienste und verwende dann genau den Dienst, diesen Kurzbefehl, Zeichen und so zählen. Und tada, es kommt hier eine Box, eine Infobox mit meinen Zeichen, Wörtern, Sätzen und Zeilen. Wenn Textbearbeitung und damit auch die Erstellung von Dokumenten so dein Thema ist, dann schau dir auf jeden Fall noch mein letztes Video zu Pages an. Da habe ich zehn kleine Tipps und Tricks verraten, weshalb ich gerne Pages verwende. Ich verwende diese App jeden Tag und vielleicht ist es auch was für dich. Schau da einfach mal rein, ob du diese Tipps kennst oder ob du Pages überhaupt kennst. Bis zum nächsten Mal. Ciao.